Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kalisto-Protokoll. Hier an der Unstelle, wie versprochen, geht es jetzt weiter. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser laufen wird als in der letzten Folge. Hier die zwei Erlunken haben mich dann echt nochmal platt gemacht. Obwohl es eigentlich bis dahin ziemlich gut aussah. Wirklich, ich habe mich jetzt so... Also die Verbesserungen, die wir gemacht haben, haben definitiv was bewirkt. Stock und als nächstes auf jeden Fall die Waffe für den erhöhten Schaden. Ja, schön, dass du da bist. Bevor es jetzt losgeht, nimm nur noch zwei Sekunden deiner Zeit für ein Däumchen und ein kostenloses Abo. Also aktiviert noch die Glocke, du würdest mich mega krass damit supporten. Würdest mich mega glücklich machen. Dankeschön vorab, natürlich auch in jedem Einzelnen und da draußen, der das in den letzten Videos schon getan hat. Vielen, vielen Dank, Mann. Wir haben bald die 120 Abonnenten. Ey, das wäre super. Das wäre super. Würde ich mich mega drüber freuen. Ähm, ja, viel Spaß jetzt mit dem Video. Let's go. Jetzt lösen wir das mal ein bisschen besser hier, oder? Habe ich noch meine Heilung? Ich habe meine Heilung nicht mehr. Okay, das müssen wir jetzt irgendwie anders machen dann. Kann ich den irgendwie da runterschleudern, dass er stirbt? Gleichzeitig. Gleich, oder gleich verteilt anhitten. Okay. Okay. Fünf Schüsse pro Typ. Und dann sind sie tot. Alter Schwede. Alter Schwede. Fünf Hits, Mann. Ähm. Braucht ein Leben. Braucht ein Leben. Ich hoffe, der bleibt tot. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Da ist ziemlich knapp. Oh, ist wieder so ein Offiziertyp. Oh, nein. Fuck, ey. Oh, nö. Mein Gott. Muss das sein. Jetzt müssen wir die alle wieder platt machen, oder? Schatten wir hier oben an der Leiter. 100%. 100%. Oder? Der Black Screen nervt auch so. Ja. Was auch. Also, die ist, also. Der Savepoint hier oben ist gut. Kappa. Nee. Ist er nicht. Jetzt muss ich die bei dem ich auch wieder platt machen. Fuck. Okay, ich spare jetzt mal. Ja, was soll das denn, Mann? Ey, was soll das denn, ey? Fuck, jetzt, jetzt killt der mich hier im Krabbeln. Jetzt killt der mich hier im Krabbeln, Mann. Wem willst du das noch erzählen, ey? Es lief gut in der letzten Folge, sagte er. Vor drei Minuten. Es lief gut, ja. Und jetzt. Hört sich wieder ab und scheiße, Mann, ey. Kein Leben am Start. Ich brauch den Anzug. Ich brauch diesen verdammten Anzug. Dann schmeiß ich erstmal da rüber. Nicht das. Das Bein abschießen irgendwie. Okay. Ein verdammtes. Okay. Ein bisschen Leben hab ich bekommen. Ich wollt grad sagen. Ein verdammter Treffer. Das war's. So. Der Offizier kam von hier. Kann ich den irgendwie triggern? Kann ich den irgendwie triggern? Ich glaub nicht, ne? Aber ich kann den runter in die Suppe werfen. Fuck, fuck, fuck. So, schausen. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Zehn Credits. Komm schon, ey. Muss einmal nach da hinten. Muss einmal kurz hier an diese Tür. Hier wird auf jeden Fall jemand... Ah, ne geile Kiste. Okay. Nice. Komm schon. Irgendein Zeug, wo ich verkaufen kann für 500 Credits oder so. Wo ich verkaufen kann? Was war das denn für ein Deutsch, ey? Eins. Zwei. Drei. Drei. Fuck. 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 Oh ja, was ist mit dem Sound gerade? Okay. Was war das für ein Soundbug? Ähm. Ja. Kacke. Jetzt stehe ich wieder an der Leiter, muss alles wieder neu machen. Die Savepoints, die Savepoints sind doch einfach nur grausam. Mann, ey. Oh, ey. Ich... Ja, ich muss da nochmal hin zu der Kiste. Ich muss da hin. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich muss da hin. Wupp. Eins. Zwei. Ja, okay. Dann stelle ich mich jetzt nochmal an. Das kann ich nicht überleben. Ja. Das kann ich nicht überleben. Das ist, äh... Das ist deine Scheiße, Mann, ey. Das nervt. Das nervt. Ja. Willkommen bei Dark Souls im Horror-Setting. Beste Leben. Tschüss. Oh. Hahaha. Ja. Ja, ist klar. Double-K-O. Oh, nee. Ich wollte schon sagen Double-K-O. Okay. Muss ich versuchen, mit diesem Gravity-Handschuh in den Abgrund zu schmeißen. Auf jeden Fall die ersten beiden hier vorne. Ich habe zu viel... Äh, zu... Zu viel, genau. Hätte ich zu viel Leben, dann hätte ich hier schon längst überstanden. Ich habe zu wenig Leben, Mann, ey. Jetzt hänge ich hier schon wieder seit sieben Minuten an dieser Kackstelle an der Leiter. Meine Fresse, ey. Machen wir einfach so, oder? Okay. So mache ich das jetzt auch mit dem... Mit dem Offizier, mit den anderen drei Heinis. Ich werfe die einfach irgendwie da rüber, oder? Willst du machen? Tschüsschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. So, ladle. Die Kiste ist immer noch da. Scheiße, Mann, ey. Ich brauche die. Ich brauche das Zeug zum Vertickern für die Krells. Ich muss jetzt clever die Gravitation nutzen, um meine, meine Munition, die ich noch habe. Eins, zwei, drei, vier. Fuck, Mann. Heck mich fett, ey. Okay, dann bleibt der Energiewandler jetzt eben da liegen. Dann bleibt er da liegen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, man wirklich. Dann... Obwohl, ich kann es nicht eigentlich machen. Ich brauche das Update für... Ich brauche das Update für die... Für den Schaden, ey. Mann, ey. Muss es irgendwie anders angehen. Aber das ist auch gemein. Dieser Spucker der Dicke und... Äh... Normaler. Ist schon... Ist schon echt gemein, tatsächlich. Okay. Nein. Nein. Mann, ey. Ich hätte gedacht, ich kann die wieder so da platzieren, dass ich wieder ein bisschen Leben zurückkriege. Aber okay. Gut. Würde man jetzt sagen. Ist auch abgeschlossen. Ich muss da irgendwie auch lang. Ich muss da irgendwie lang. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Fuck. Oh, das war allerletzte Rille. Bitte gib mir ein bisschen Leben. Dankeschön. Okay. Ich muss aber trotzdem mal hier in die Ecke reingehen. Ich habe doch dieses Energiewanderer eben mitgenommen, ne? Im besten Fall. Ja. Okay. Läuft. Gehen wir durch. Scheiß drauf. Scheiß auf die Kiste. Das Update holen wir uns irgendwann anders. Dann ist es eben so. Savepoint. Savepoint. Ah, okay. Jetzt haben wir hier den Savepoint. Hoffentlich. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Was haben wir denn gerade hier aktuell? Haben wir irgendwas? Nö. Nö. Shit, man. Shit, 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 shit. Einfach durchlaufen vielleicht? Okay. Versuch mal klug, ne? Zwei Hits halte ich aus. Okay, jetzt bin ich's hoch. Okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. Belastend. Bitte nicht an der Leiter. Bitte nicht an der Leiter. Okay, perfekt. Wir sind nicht an der Leiter. Wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Nützt nichts. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ich laufe einmal gerade weiter hier. Man hat ja gesehen, rechts konnte man irgendwie rein. Könnte wieder so ein versteckter Punkt sein. Wenn man diesen Wannler, den man da in der Kiste gefunden hat, verkaufen kann für 900 oder so bestimmt. Okay, das scheint mir der richtige Weg zu sein. Da ist irgendwas Großes drin. Wassersteuerung. Was ist denn das Ziel aktuell? Folgt dem roten Rohr noch immer, ne? Nummer 6. Ich glaube, es ist da nicht auch ein Film, der so hieß? Nummer 6. Lockdown wieder, oder was? Ja, nur. Ist klar. Nur. Nur in diesem Spiel gibt es ja nicht. Oh, das kommt. Wie gerufen, Mann. Reiner in die Birne. Hol den Code von einem Wärter. Ich muss diesen Wärter suchen. Ah. Oh, yes. Sexy. Sexy. Sexy, sexy. So, dann lass mich raten, ist da wieder abgeschlossen. Jetzt kann ich da nicht interagieren, ne? Da ist eine Leiter, wo es mit hoch geht. Zugriff. Verweigert. Wir gehen den... Oder gehen wir den? Wir gehen den. Am Ende kommt man eh bei beiden raus. Hier, Büro, da könnte doch ein Wärter drin sein, oder? Das sieht noch ein Wärter drin aus. Perfekt. Guck mal, jetzt hätten wir einen Energieumwandler. Mal zwei. Dann haben wir fett Cash am Start, ey. Also Credits findest du echt ziemlich wenig. Wie das, was man braucht, wenn man jetzt mal bedenkt, das nächste Update wäre 2.400. Und da findest du nur 23 Credits, das ist schon ein bisschen wenig, oder? Ja, okay. Dann wäre ich hier gleich rausgekommen. Ist das hier ein Stormtrooper, oder was? Ah, jetzt ärgert mich das, dass ich den Energieumwandler nicht da vorne hab. Was gibt's denn hier für Sorten, äh... Oh! Warum nehmen wir nicht einfach mal den Anzug schon mal? Schon mal besser als unsere Heftlingskacke, die wir haben. Zack, zack, mitnehmen. Da geht's weiter. Okay, erstmal leveln. Erstmal leveln. Vulva-Munition, nice ein Stein. Nice ein Stein. Hm, ja, wir können eh nix holen. Wir können eh nix holen. 100. Ist doch lächerlich, ey. Ist doch lächerlich. Ja. Für 200 kriegst du nix. Für 200 kriegst du nix. Guck mal hier. 2700 sogar. Und wir wollen das hier. Wir wollen das hier für 6 fucking 100, Mann. Na gut. Nützt nix. Nützt nix. Wir müssen einfach weiter. Aber der hängt da schon so, als würde der jetzt gleich wach werden und uns, äh... ...angreffen. Mit Spinnen wieder? Muss das sein, ey? Muss das sein? Alter, der bewegt seine Augen noch. Der bewegt seine Augen noch. Alter, der war noch im Leben. Beziehungsweise... Okay, jetzt... Ich hab ihm im Kopf geschossen. Jetzt nicht mehr, aber der war noch im Leben. Das heißt, es wird auch Spinnen gehen. Shooter. Was? Shooter. Hurra! Tentakel. Was? Was, was, was? Munition bei Gegnern. Ach, Mutation. Okay, die Tentakelwesen. Havannen sich also. Okay. Drei schwere Schläge plus Schuss. Und er lebt noch. Und er gibt 19 Credits. Tentakel und Mutation. Freigelegte Tentakel sind eine Warnung, dass die Gegner kurz davor ist, der Strecke in Form zu mutieren. Okay. Mehr Gesundheit, Stärke. Ja. Schieß auf die freigelegten Tentakel, um den Gegner zu schnell zu töten. Okay. Also haben wir da nur ein kurzes Zeitfenster. Haben wir da ein kurzes Zeitfenster, um die irgendwie aufzuhalten. Alright. Shooter Tentakel. Ach, da steht es auch. Shooter Tentakel. Oh, sorry. Ich brauche da den Code. Komm her, du. Ich habe gerade Englisch gesprochen. Okay. Der fängt einfach an. Vielleicht Englisch zu reden. Warum nicht? Officer James Reese. Wo ist er denn? Officer James Reese. Was hat der zu sagen? Officer James Reese. Wo ist er denn? Ach so. Habitat. Hat dann semi-geil geklappt. Okay. Ah, da sieht man, wo man die Audi-Spuren finden würde. Wachtturm stand da. Okay. Gut. Ja. Sorry, Officer James. Sorry. Was soll ich machen, Mann? Okay. Shooter Tentakel. Ich hoffe, da kommen wir zum Einladen. Ich werde es mal testen. Ah, hier in dem großen Raum ist jetzt bestimmt jemand. Dann passt das ja. Den Officer irgendwie stealfen. Hat er mich schon gesehen? Ah, ist klar. Ist klar. Ist klar. Soundbuck wieder des Todes am Start. What the fuck, ey? Fuck. Nein. Nein, 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 nein. Leben, 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 leben. Oh, das war... Das war... Das war... Das war... Richtig, richtig knapp, Mann. Oh. Gebt mir ein Safepoint, bitte. Spiel. Gebt mir ein Safepoint. Okay. Säuberung gestartet. So geht das. Säuberungsprozess läuft. Was zum... Alter. Ach, der schon wieder? Ja. Du bist jetzt von eben, ne? Rania, Junge. Rania, du Sack, Junge. Du kleiner Sack. Scheiße. Yes, Mann, wir haben ihn. Der gibt auch nur 18 Kalisto-Krails. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Ist er tot? Fuck, ja, jetzt bin ich tot. Ja, oh no, was mache ich für backen? Verlos, verlos. Mehr. Wir sind überall. Da ist doch der nächste. Fuck, fuck. Was willst du da machen? Was willst du da machen? Jetzt sind da fünf von den Gegnern hier im Raum. Jetzt sind da fünf von diesen Kack-Gegnern hier im Raum. Was willst du da machen? Das ist die Frage der Fragen. Hm. Was willst du da machen? Ich laufe einfach mal. Da hat er mich tot. Leben, 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 bitte. Ich muss wieder aushalten, ne? Ich muss wieder aushalten, dann geht's doch. Das muss schnell gehen. Fuck you. Komm her. Sack dir mal. Einen haben wir noch. Oder? Alle guten Dinge sind drei. Wir sind im Videospiel. Willst du hier irgendwas aktivieren? Die Flüssigkeit ist ausgelaufen, oder? Die Flüssigkeit ist ausgelaufen. Flüssigkeit ist ausgelaufen, oder? Flüssigkeit ist ausgelaufen. Flüssigkeit ist ausgelaufen. Die Zugangsluke geöffnet. Wo ist die? Wo ist die? Leitersteuerung bitte aktivieren. Leitersteuerung aktivieren. Okay. Wo, 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 wo? Äh... Leitersteuerung? Oh. Jetzt, ich hab mich innerlich wieder zehnmal hier jetzt gesehen. Tschüsschen. Okay, ah. Hoch da. Ah. Ah. Ja, geh mal rein da einfach. Geh mal rein. Ohne Taschenlampe. Einfach mal reinleuchten. Oh, scheiße. Runter. 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 Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Äh... Okay. Wir klettern rauf und runter hier im Spiel, ne? Der kommt doch von oben gerade wieder rauf. Naja, ich wollte gerade sagen, der macht das auf, ne? Der macht das auf da oben. Gib mir den Drucker. Gib mir den Drucker. Wir drucken. Ja. Du warst eben in der heftigsten Suppe aller Zeiten, Jacob. Gut, Freunde. Oh. Ah. Was eine Folge. Was eine Folge. Was mir so ein bisschen fehlt, aktuell immer noch, ist so ein bisschen die Story, ja? Ja, wir müssen ausbrechen. Wir müssen jetzt Allies finden. Wir müssen die Küppe, dieses große Ziel da zu entkommen, ja. Aber irgendwie so Story-Erzählung, während wir uns hier bewegen, ist so gleich null irgendwie, oder? Ist ein bisschen schade, ne? Ähm, ja. Wie gesagt, was mich wirklich noch so am Ball bleiben lässt, ist tatsächlich noch die Atmosphäre einfach, weil die gigantisch ist. Die echt gigantisch eingefangen ist. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass es gefallen hat. Ähm, wie gesagt, ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf, dass es, äh, dass es besser wird. Wir sind ja auch noch ganz am Anfang, ne? Wir sind noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Irgendwo hier auf dem Bild, siehst du gerade mein Profilbild. Lassen, äh, kostenloses Abo da. Würdest du mich mega krass mit supporten, würdest du mich, äh, mega glücklich mitmachen. Däumchen, ähm, und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auch kein weiteres Video von mir. Äh, zu Kalisto-Protokoll, Gotham Knights, Hogwarts Legacy, NetApp, Let's Up to World 2, Star Wars, Survivor, alles, was eben noch kommt. Alles, was eben noch kommt, werden wir hier gemeinsam zusammen auf dem Kanal zocken. Dankeschön, dass du da warst. Wünsche dir noch einen super geilen Tag. Macht dir was Schönes draus. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder. Ciao mit Fall.